Who's that killer? Beat, beat, choppa! Who's that killer? Würdet ihr auch super Hayden sein wollen? Ähm, manchmal ja schon. Ich wäre gerne erst, wie heißt sie? Catwoman. Und du? Äh, ich. Spice Girls, oder? Sie wäre gerne Sailor Moon. Ja, genau. Ja, ich wäre gerne eine goldene Glitzerfee, die fliegen könnte und anderen Leuten Wünsche erfüllen. Auf jeden Fall. Ich wäre gerne Wonder Woman. Wonder Woman. Ja, und wenn du jetzt zum Beispiel ein deutscher Superheld wärst, wer wirst du dann? Gibt es deutsche Superhelden? Nein. Ich möchte einfach nur ein Mensch sein. No, I don't. Einmal ja, ich musste. Jetzt ein bisschen weniger, aber ja, ich denke immer daran. Ja? Ja, natürlich. Sie will eigentlich auch ein Superheld sein. Nein. Ja, of course, ja. Mitladen. Kennst du Superhelden aus Deutschland? Es gibt ein paar, aber sie fallen mir jetzt gerade nicht ein. Ja. Ich? Ja. 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 Ja.